Willkommen zurück zu PikuNiku. Wir sind hier stehen geblieben in diesem Waldgebiet, aber wir sind gerade auf dem Weg hinaus, denn wir haben in letzter Folge hier ein kleines Secret gemacht und ich versuche hier gerade ein bisschen rauszukommen, denn wir wollen nämlich zum einen zurück in die Stadt und zum anderen wollen wir ein paar Orte erkunden, denn jetzt mit unserem neuen Hut können wir Blumen gießen. Und das ist sehr wichtig, denn mit diesen Blumen können wir an neue Orte gelangen. Leider muss ich jetzt aber gerade versuchen, diese Eichel an den Knopf zu bringen nochmal, weil ich glaube, da geht es lang, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich könnte auch natürlich da wieder nach links, aber ich würde kurz gucken, was da nochmal war, weil ich habe vergessen. Ja, ich habe schon nach 10 Minuten oder so vergessen, was dort hinten war. Ja, schon sehr, sehr smart. Auf jeden Fall. Immer. Immer doch. Leute, ihr kennt mich. Ich bin immer so smart. Oh Gott. Nein, jetzt habe ich so wieder da reingeschossen. Na komm. Meine Neue wäre nicht stolz auf mich. Oh Gott. Na komm. Nein. Ach komm, weiß was. Da ist bestimmt nichts, oder? Oh doch, da ist was. Oh Gott, da will ich doch hin. Da glitzert irgendwas. Hattest du es gesehen? Bei diesem Baumstamm? Stamm? Da hat er da irgendwas gesitzert. Okay, komm, wir schieben es einfach so. Ja, so soll man es machen, glaube ich. So ist besser. Zack. Und jetzt sind wir hier oben. Jetzt können wir das gießen und kommen hier hoch. Genau, wir sind hier nach links gegangen, äh, nach rechts gegangen, aber jetzt kommen wir hier hoch. Und hier ist irgendwas. Äpisch. Habe ich recht, Leute. Ja, halt ein Insekt von den ganzen, ähm, für das Achievement, für das Insekt-Achievement, dass man halt alle findet, die so ein bisschen, ja, Kinderkram machen oder was noch mal die da machen. So, ich gehe noch mal ein bisschen nach rechts. Falls wir noch rechts können. Okay, da oben ist noch eine Blume. Ich muss mir merken, dass ich jetzt gleich hingehe. Können wir denn hier schon lang? Würde es gehen? Oder hält uns irgendwie irgendwas auf? Ja, ein Baum hält uns auf. Hier ist ein Baum, ganz großer. Der geht erst weg, wenn wir die Story erstmal ein bisschen weiter gemacht haben. Alles klar. Dann können wir aber hier zumindest noch oben schauen, was da oben ist. Weil da, wie gesagt, ist dann noch eine Blume. Wie ich da hinkomme? Ich glaube, wenn ich hier so zack mache, ne? Na, ich mache den gleichen Fehler schon wieder. Habe ich in der letzten Folge auch schon gemacht. Da habe ich auch schon oben, obwohl ich jetzt erst hätte oben nach oben gehen können, sollen, tun, whatever. Ach Gott. Muss man richtig timen? Jetzt war es das. Nein. Was? Warum habe ich es jetzt auch immer nicht mehr? Aber wir machen es einfach von hier aus. Ach, ich bin schon sogar oben. Na dann. So, jetzt kommen wir hier hoch und kriegen dafür ein paar Münzen. Oh, nicht nur ein paar Münzen, sondern ein bisschen mehr als nur ein paar Münzen. Moment, wie komme ich denn da ran? Ey, voll der Scam. Gib mir die Münzen, Mann. Oh, jetzt vielleicht. Oh, ja, 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 ja. Nein. Kommt zurück. Digga, komm zurück. Hast du mich da ja verleihen lassen? Oh, Münzen, Münzen, Münzen. Nein, nein. Kommt doch. Nein. Oh, warte, da kommt jetzt wieder nach rechts, ne? Warten wir mal ganz gechillt auf ihn. Warte, der kommt nicht. Oder trickst du mich jetzt aus? Ne, der kommt wirklich nicht. Ich glaube, der fährt nur einmal in die Richtung und dann wieder zurück. Wow. Knappes Ding. Ne, also ich gehe nicht weg, bis ich alle Münzen habe. Ne, das mache ich doch nicht. Äh, oh, dann. Schnell, 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 schnell. Nein, nein, ich bin abgefallen. Doch jetzt. Nein. Komm schon. Das kriegen wir hin. Wow, wow, wow. Yes. Nein. Mir fehlt immer noch eine Münze. Also, komm, die hole ich mir jetzt noch. Tü, 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 tü. Juhu. Yes. 72 haben wir schon. Wir sind richtig altgrößt, Leute. Tü, 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 tü. Was gibt es hier jetzt? Ah! Ne, hier gibt es nichts mehr. Gibt es auch irgendwo eine Blume noch? Aber wir sind hier wieder. Äh, ich glaube, hier gibt es keine Blumen mehr. Gießen. Also, hier können wir aber auch noch was gießen, oder? Können wir die Dinger gießen? Okay, warum sind das so random, wenn ich da... ...dran gehe. Seltsam. Moment, kann ich da vielleicht noch irgendwas gießen? Weil das sieht ja aus, als könnte ich die vielleicht dieses... Ach Gott. Jetzt könnte ich da vielleicht dieses... ...Gräsländer. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Okay. Cool. Coole Tricks zeigt uns Pico Niko wieder. Sehr krass. Boing. 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 Und rein da. Wooo. Oh yeah. Was ein Styler. Habe ich nicht recht, Leute. Dafür doch ein Like. Und ein Abo. Und ein Favor. Und ein Dabo. Und ein Carboninimato. Ja, ich laber wieder mal Müll. Ihr kennt's. Aber ist ja auch egal, was ich laber. Denn wir kommen zurück. Mit unserer Fähigkeit, sag ich gerade. LOL. Das ist cool. Dass man sogar gar nicht zurück kann. Oh, wir haben da eine Mütze übersehen. Also, da muss ich kurz hin. Warte, ist die Blume gerade wieder geschrumpft? Okay. Wow, wow. Au, 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 au. Gott, das können wir nicht machen. Das hat aber richtig wehgetan, man. Aua. Können wir hier rein? Hier ist noch was. Hallo. Hier ist so ein Donkey Kong-Fass. Nehmen wir das mal mit. Ich brauche das ja. Komm mal mit, du. Komm, 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 komm. Ja, das ist so ein pinker Schalter. Yes. Ich glaube, ein bisschen Angst, dass oben die Stacheln einen wehtun. Aber nö, das ist nur Deko. Okay, BG-Druck halten, dann können wir nach unten sinken. Und hier brauchen wir wieder irgendwas. Ich nehme einfach mal diese Eichel, denke ich mal. Sagt, perfekt. Bisschen noch irgendwas? Nein, gut. Weiter geht's. Hat sich den Baum gerade gedreht? Der Baum dreht sich einfach. Cool. Nice. Münzen, Münzen, Münzen. Die Gebärmann. Oh, ich werde reißen. Komm, ich will mit 100 Münzen haben. In dieser Folge noch. Das wäre richtig sick. Okay, was gibt es hier? Da kommt Wasser raus. Okay. Ich glaube, wir brauchen vielleicht den Ball mit dem Wasser. Dann brauchen wir den Ball raus mit dem Wasser. Und dann brauchen wir den vielleicht mit irgendwas. Ja, der kommt raus, der kommt raus. Aber, Moment, wofür brauche ich die denn? Nein, das war falsch. Ja, jetzt ist der Ball da hinten. Schön und gut. Aber, was bringt mir das jetzt? Vielleicht. Nein, 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 nein. Nicht falsch machen. Okay, okay, gut, 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 gut. Achso, wir brauchen den Ball wahrscheinlich hier für links, ne? Für den pinken Schalter hier. Damit wird weiterkommen. Yeah. Heute, ich bin nicht dumm, okay? Was ist das denn hier in der Ecke? Da kann man nicht lang. Okay, das ist einfach nur Deko, I guess. Nein, die Dinger kann man nicht bewässern. Alles klar. Uah! Und jetzt sind wir hier oben. Interessant. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich, wie gesagt, noch die eine Münze dort schnappen. Heißt, ich müsste wieder zurücklatschen und die ganzen Rätsel machen. Aber das mag ich jetzt wirklich. Vor allem, gab es hier doch noch irgendwas zum Bewässern oder nicht? Ich kann mich da noch an was erinnern. Wir müssen jetzt mal die ganzen Rätsel wieder machen. Nein! Du, du, du. Also entweder ich bin gerade ein Bill. Oder hier gab es irgendwo was zum Bewässern. Nice. Ich glaube hier irgendwo rechts. Hier rechts unten oder so. Okay, können wir stehen. Gut. Nein! Ich bin runtergefallen. Auch ne. Da bringe ich mich nach oben. Nein! Oh, jetzt bin ich da wieder mal. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich da bin. Okay, ich habe es wieder bis hierhin gespielt und ich wäre fast wieder runtergefallen. Vielleicht kann ich das Spiel auch ein bisschen austricksen. Um mir die Münze zu schnappen und trotzdem wieder zurückkommen. Hm, das war zum Beispiel sehr gut. Nein! Ganz knapp, leider nicht geschafft. Aber das ist schon okay. Jetzt haben wir zumindest die Münze. Ich hoffe, wir haben bisher alles, was man bekommen kann. Und jetzt wieder, aua! Au, 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 au! So, ich hoffe, wir können es einfach wegrollen, weil hier müsste alles eigentlich noch mal aktiviert sein, oder nicht? Ich hoffe es zumindest. Du, 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 hopp, zack. Es müsste, wie gesagt, eigentlich alles noch aktiviert bleiben. Heißt, ich kann jetzt einfach hier lang, ne? Das sieht gut aus. Ja. Das war kurz und schmerzlos. Das ist doch toll. So, aber wenn wir gleich einen Bereich wechseln, müssen wir das natürlich wieder neu machen, wenn wir dann zurück wollen. Das ist dann ein bisschen nervig, denke ich mal. Aber vielleicht kriegen wir später noch irgendwas. Was? Achso, ja, warum der Text noch da ist, weiß ich jetzt auch nicht. So, ich glaube, hier gab es nirgendwo sonst eine Blume, oder? Ich glaube, den Bereich haben wir jetzt alles, oder? Ich hoffe mal. So, gehen wir mal jetzt zur Stadt. Die müsste hier sein, ne? Ja, es regnet. Sieht schön aus, schön beruhigend auch. Oh, Gewitter, es donnert. Hallo. Oh, sorry. Oh, schön, dass du zurück bist. Leider ist das Wasser nicht so toll. Also sei beim Gehen vorsichtig. Mache ich, werde ich tun. Yeah. Gibt es hier unten vielleicht was Neues, womit ich weiterkommen kann, jetzt, wo ich coole Fähigkeit denn hab. Vielleicht, wenn ich da reingehe, finde ich den Stein wie der. Ne, der Schein ist immer noch weg. Wir müssen den Schein immer noch suchen, übrigens. Der ist hier irgendwo noch in der Stadt, glaube ich. Wohl, wir können nachgucken. Aufgaben. Ja, der ist hier. So, zack, nochmal nach oben. Gut. So. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Aber jetzt sieht das echt cool aus. Und das ist wieder eine Kamera. Warte, seit wann ist hier eine Münze? War ich schon die ganze Zeit hier? Egal, wer haben sie jetzt? Wird sagen, wir erkunden, wie gesagt, nochmal die Stadt erneut. Ui, schau mal hier. Jetzt wachsen die. Oder was? Das wollte ich gar nicht. Und wenn sie sich herausgestellt hat, braucht ein Blumen doch was, um zu wachsen. Es ist ein toller Raten. Aber eine will einfach nicht wachsen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich helfe dir mal. Oh. Jetzt. Was passiert hier? Das war keine normale Blume. Weshalb die auch nicht gewachsen ist. Ihr braucht jetzt viel, viel mehr Wasser. Toll. Ja. Und ich kann die ganze Zeit hier überall Y-Spam. Und dann kommen die ganze Zeit... Also ich wusste übrigens da X drückt nicht Y, weil Y macht hier irgendwie random einfach Blumen hin. Okay, cool. Moment, wenn jetzt eine Bodenranke gewachsen ist. Kann ich da noch hoch? Yes. Okay. Wohin führt uns diese Boden? Wir sollten vielleicht nicht so hoch, wenn wir Gewitter ab. Aber wir suchen trotzdem mal. Wobei, was? What? Hi. Ist hier jemand? Kann ich auf das Klauen? Ich hab nichts gesagt von Klauen. Warum hast du noch herangesoomt? Hi. Hallo. Sie nennen mich den Zauberer. Aber du kannst Magier zu mir sagen. Oder einfach Hexie. Da du den weiten Weg auf dich genommen hast, nehme ich an, du willst was von mir. Hm. Ich kann dir deinen Traum erfüllen, aber das mache ich nicht einfach so. Du musst mir vorher den goldenen Zahn des silbernen Froschs bringen. Zufällig haben wir den sogar. Hier. Kannst du haben. Der goldene Zahn. Du hast ihn gefunden. Das muss eine beschwerliche Expedition gewesen sein. Hexie steht zu seinem Wort. Jetzt mache ich deinen Traum wahr. Hm. Ja. Vielleicht. Gut. Fertig. Irgendwelche Arme. Was? Ich hab Arme? Moment. Gib mir deine Hand. Moment. Was? Oh. Oh mein Gott. Wir haben Arme. Oh mein Gott. Yeah. Ey. Sieht das nice aus. Das ist ein bisschen sehr, sehr creepy, muss ich zugeben. Aber ich freue mich für unseren Piku. Er hat endlich Arme, Leute. Das hat er sein Leben lang geträumt, wie wir gerade festgestellt haben. Das war sein Traum. Arme zu haben. Und jetzt hat er welche. Gut. Er kann sie nicht benutzen. Die sind zu schlapp. Aber ey. Jetzt Arme. Juhu. Komm, 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 komm. Nein. Das geht aber bestimmt. Das will ich nochmal ausprobieren. Weil ich glaube, dass wir da hochkommen können. Wenn wir nur richtig springen. Und das war nicht das Richtige, was ich gemeint habe. Ich sag mal, hier oben. Kann man hier draufstehen? Nein. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich glaube daran, dass wir schaffen können. Zack. 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 Äh. Das war knapp. Habt ihr das gesehen? Das war knapp. Das will ich versuchen. Am Ende so. Nee, das ist der Rückweg. Achso. Man soll eigentlich immer ganz einfach nach oben kommen. Warte, waren wir da nicht sogar schon von einem anderen Ort aus her? Ich glaube, hier waren wir sogar schon. Da war doch dieser Vogel, oder nicht? Nein. Dann ist ja, glaube ich, auch egal. Hallo. Ich frage mich, was Eli gerade macht. Ich dachte, das wäre bloß eine kurze Führung. Hm. Stimmt. Eli ist ja immer noch nicht zurück. Vielleicht ist, arbeitet er oder sie jetzt als... Arbeitet allgemein jetzt für... Sunshine Inc.? Best Kick Meisterschaft wird ausgetragen. Ja, das habe ich gleich gelesen, ne? Kann man ja nicht ganz normal noch Best Kick spielen, weil es gibt einen Achievement, wenn man dreimal hintereinander, glaube ich, Best Kick gewinnt? Moment, was ist denn hier los? Ist das normal, ja? Best Kick. Okay. Ja, sagt nichts Neues. Nein. Gibt ja nichts Neues, alles klar. Oh yeah, aber Leute, wir haben jetzt Hände. Oh, guckt euch das an. Moment. Wenn ich nochmal reingehe und rausgehe. Einfach dieser Blick in die Kamera. Den würde ich euch zeigen. Oh, schade. Na, egal. Renn bei Regen nicht. Der Boden könnte rutschig sein. Okay. Merke ich mir. Dankeschön. Wie kann man lang? Münzen! Wie ist ein Vulkan? Oder nee, ist nur Hintergrund. Okay. Nee, es sind Berge, glaube ich. Leid. Hier so ganz Mais. Oh, hallo. Oh, dumm ist es wieder. Warum hast du mich diesmal geweckt? Das letzte Mal tut mir leid. Ja, bei mir hast du ganz schön zugetreten. Ich hoffe, du läufst nicht mehr rum und verpasst solche Leute treten. Ohne besonderen Grund. Oh, lass das bleiben. Ich kann ihn noch gar nicht mehr schubsen, glaube ich. Hm. Aber es tut mir leid, bro. Oh, hier liegen ganz viele Münzen jetzt rum. Yes, 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 yes. Gibt ja, ich will die 100 Leute schaffen wir vielleicht noch die 100. Boing. Es wäre möglich. Wir haben jetzt 92 schon. Wie, das ist sehr viel, was wir haben. Und damit vielleicht gibt es noch 100 irgendwas zu kaufen. Oder ist der Roboter. Wir können ihn jetzt besiegen. Moment, machen wir gleich. Ah, da kommst du ja. Der Roboter ist noch hier. Und es sollte nicht allzu schwierig sein, ihn gewöhnt zu machen. Vielleicht ein Tritt oder zwei. Machen wir. Halt, gucken wir mal kurz. Kann das aufsäuern? Oh, nö. Können wir zurück? Na, ist auch egal. Wir wollen nicht zurück. Wir wollen. Gewünft. Mit unseren neuen Armen. Weindselige Handlung erkannt. Aktivieren Verfolgungsmodus. Oh, oh. Bossweiß. Oh, was hast du denn hier? Hey, kannst du uns hören? Führ ich den Roboter hierher? Dann kümmern wir uns um ihn. Aber lass dich nicht von ihm schnappen. Oh, nein. Es ist ein Wettrennen. Oh, wie lang? Was? Was? Was wird das hier? Oh, Gott, nein, 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 weg, 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 weg. Was macht das hier? Ist mir egal. Weg, 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 weg. Boing. Renn, 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 renn. Renn da. Oh, secret. Secret, 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 secret. Vielleicht ein Geschenk oder so. Nein, ist einfach nur eine Abkürzung. Alles klar. Cool, 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 cool. Weg, 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 weg. Ihr verfolgt uns, ihr verfolgt uns. Ich hab Angst. Also noch haben wir nicht gesehen, aber ich will noch nicht sehen. Was, als ob du schon da ist. Nein, 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 weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Oh, wir haben verloren, oder? Wir haben verloren, oder? Oh, was? Was mache ich denn? Soll ich nicht helfen? Egal. Was, was? Was ist passiert? Oh, ich hab richtig Angst. Ich wollte helfen. Was war da los? Hätte ich dir helfen können? Es tut mir leid. Ich wollte ja helfen. Was macht das hier? Ist egal. Es legt mich, glaube ich, alles nur ab, oder? diese karte von wo kommen die gott oh gott oh gott weg hier weg hier in einiger erst alles ist egal was ist das hier und ich habe verloren oder ich habe verloren oder 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 schwimm um dein leben schwimmen schwimmen nein hier rein hier ist abkürzen weg hier weg hier manchmal um es richtig habe ich irgendwas verpasst ist mir egal jetzt wir haben es geschafft was meine arme so weit weg los geht's die laser kann auf einmal habe ich immer so passt jetzt habe ich meine arme wieder feiert an sie wir haben es geschafft erneut vielen dank dass du mir und meinem dorf geholfen ist diese blitzkanone war eine tolle idee jetzt ist der roboter definitiv außer gefecht ja und du hast es prima eingekriegt ihn dort einzulocken vielen dank alarm eindringlinge alarm was was ist das ich dachte unsere basis müsste besser geschützt werden deshalb habe ich ein eindringling ausspülsystem eingebaut was bedeutet dass wir ein eindringling haben und was macht es es haltet den strom ab jetzt sehe ich doch gar nichts mehr ich brauche hilfe moment mal was du kannst dich einfach so die geile basis anderer leute eindringen tut mir leid ich bin bloß ein wurm naja was willst du wir wollen im alten bergwerk meine familie und ich direkt in dem see gewöhnlich trinken wir das wasser das von der gedecke fällt aber irgendwie tröpfelt es nicht mehr könnte das was mit sonst zu tun haben klingt ganz danach vielleicht sollten wir mal das ansehen das wäre nett von euch also gut überbriefen was damit nicht dann danke wir treffen uns dort was soll es jetzt noch mit lesen ja ganz schön regnig solltet bei herkommen und euch das ansehen was ist das wissen das vorhin doch keine ahnung die stelle muss während des alarms angeschützt sein seht mal das ist so was wie ein schaltraum vielleicht können wir die u-bahn in betrieb nehmen könntest du dir das ansehen natürlich können wir das aber leider erst in der nächsten folge leute wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich über eine positive bewertung freuen wie immer ihr kennt das ja und dann sehen wir uns wieder mit neuen geilen armen wie diese hat rein